Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Fällt dir schon gut an hier? Haben wir irgendwo noch ein Handelsschiff, das nix zu tun hat? Also ein Frachtschiff? Ja. Gut, äh, was wollen wir hier? Ich brauche hier ein paar Sachen. Holz und Zingel. Wir werden aber noch mehr mitnehmen. Oh, außerdem ein bisschen beschleunigen hier. Das ist ein Dampfschiff. Trefferbute Verlangsamung. Ja, ich glaube, ansonsten nix, was man bringt brauchen. Okay. Ähm, also Holz und Zingel. Und den noch gut. Stahlträger mit. Eine Produktion wurde angehalten. Ja, ja. Ach so, hier. Schiff unter Beschuss. Ha. Komm her, du Fagling. Nee, 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 nee. Lass ihn, lass ihn. Na. Nun mal langsam. Neue Ziele? I don't think so. Ahem. Auf geht's, Leute. Auf geht's. Die meisten Geschütze sind vernichtet. Da steht noch eins. Da steht noch eins. Da stehen zwei kleine. Geschütze. Hi. Auch zu sterben. Jetzt haben wir hier drei Kanonen. Oh, das ist auch noch. Vier Kanonen. Zwei Geschütze. Das war's. Vier Kanonen, zwei Geschütze und die... Die Gebärbeschüsse. Die wir jetzt erst einmal ausscheiden. Kessel unter Damm. Einzige Pflauch, damit die Gebärten jetzt auch Damage machen kann. Vier Kanonen. Nachtkurs steht. Das Wasser schäumt, Admiral. So, ich bin gleich erledigt. Ich weiß nicht, was mit den Geschützstellungen ist. Still gestanden. Hervt mir ran. Kommen Sie. Das ist nur irgendein Gebäude. Schauen wir mal, dass das hier kein Problem ist, ne? Beif! Meine Operation wurde angehalten. Ah, da feiern! Hier gibt es Diggerwaffe. Schlotte erwartet Befehl. Der Widerstand des Feindes unquillt. Was ist das denn mit den Piraten hier? Vorerst. Die Kurs steht doch wieder. Ich sollte ein Auge drauf haben. Auf die Insel feiern. Geil. Komm schon! Auf! Es ist ja geil. Ich freue mich drauf. Nächsten Piraten. Auch hier. Illuminiert. Wo fahrst ihr hin? Eigentlich kann das so nicht gedruckt werden. Die Feder führt, das Schwert folgt. War das jetzt schon Zensur oder bloß Politur? Wer kann es schon sagen? Kannonen. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Da ist hier noch was übrig. Stimmt, Kanonen wollten wir hier noch herliefern. Oh, das Schiff hat es gerade noch durchgehalten. Was ist hier los? Wir brauchen hier Holz und Zement. Wir haben Holz. Zement. Was wollt ihr denn? Alles da. Alles da, was ihr wollt. Steht seine Zorn. Und wir brauchen hier noch Brot und Seife. Hier kommt ja schon mal die Wurscht. Oh, die brauchen hier ja Holzfäller. Machen wir mal so. Oh, wir haben hier gar kein Holz. Dann machen wir das eben so. Mann. So. Was sind die? Die Transport war wahrscheinlich zu langsam. Können wir sie noch ein bisschen beschleunigen? So, Handelsschiff hat sich auf den Weg gemacht, oder? Jawohl. Oder? Moment mal. Nö, das ist schon hier. Ein Feuer ist ausgebrochen. Oh oh. Motorenwerk. Die Attraktivität ihrer... Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Die Menschen lassen sie hochlegen. Schön weiter. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Man schattert es hier. Pelzmäntel, viel zu weniger. Kaffee ist auch viel zu wenig da. Aber wir könnten ja Kaffee... Okay, da gibt's mehr Kakao. Ähm... Ah, hier gibt's Kaffee. Hier nicht. Hier schon. Gut. Eine Produktion wurde angehalten. Alter, hier ist mir egal. Wir brauchen hier jede Menge Holz für viel Kaffeeplantagen. Und wir haben natürlich kaum Einfluss. Das müssen wir Schiffe bauen können. Das ist... Blöd. So, wir brauchen eh einen schon, wie immer. Alligator auf der Lauer. Können wir den noch losschicken. Spielstand gespeichert. Geschützen in die neue Welt. Hier sind noch keine Piraten. Hier sind noch keine Piraten. Oh Gott, wir können ja... Einfach hier im Lagerhaus hinbauen. Und können sie es von hier holen. Darum sollten sowieso schöne Straßen sein. Meine hier mit Eindruckschinden dann. Baumaterial fehlt. Das ist gut. Kurzum brauchen wir das hier vorerst nicht. Ah, da ist es ja schon. Das Ding ist schnell unterwegs. Das Gürtel hat auch 15% mehr Tempo. Und weniger Verlangsamung durchfacht. Kommt's hierher. Jetzt haben wir das Geschütze stehen hier. Zur Verteidigung. Was gab's da noch? Oh. Ein Matrose. Mehr Trefferpunkte. Und deutlich mehr Reparatur. Okay, nicht schlecht. Aber allerdings 30% ist sicher mehr als 600 oder noch. Oh ja. Das Wasser schäumt, Admiral. Bereit zum Auslaufen. Das ist es nicht. So schnell ist es auch wieder nicht, leider. Komm, schön. Grafikladen, bitte. Dankeschön. Sehen wir dann, was wir nachher brauchen. Uh, wir haben zu wenig Leute. Wir brauchen auf einmal zu wenig Leute. Was mangelt Ihnen ein Gewand? Na schön. Was ist hier das Problem? Der ist zu sehr ausgelastet. Schiff vom Stapel gelaufen. Schiff vom Stapel gelaufen. Und da ist hier das Problem. Schiff vom Stapel gelaufen. Da können wir ein bisschen mehr anzahlen, vielleicht. Schaff mir es irgendwann, den auszubauen. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Ja, aber ich wohne da. Ah, da kommt das Frachtschiff. Hier haben wir keinen Kaffee. Aber hier haben wir... Hier könnten wir noch mehr Kaffee anbauen, was wir hier bauen wollen. Hier ist eh auch Kaffee. Schau mal mit Kaffee-Bummeln aus. Keine da. Ah, wir stehen jetzt immer noch im Arsch. Fragt man sich, was macht sie dort? Da ist es ja. Ein Reparaturkran. Das ist mit Kanonen. Oh, das kostet Einfluss. Ach, der Reparaturkran kostet auch Einfluss. Na toll. Na, ganz toll. Perlen brauchen wir auch. Kriegen wir hier aber nirgends. Aber hier bekommen wir die. Da brauchen wir hier mehr Material. Hier ist jede Menge Holz. Dann haben wir noch ein Depot bauen. Dann haben wir hier noch ein Depot. Ah, schön. Was brauchen wir denn dafür? Oder gar nicht hier. Ahhhh... Shit. Das ist nicht gut. Wir haben hier keine Perlen zur Verfügung. Die sind ja auch nicht fix vorgegeben. Das ist ja nur eine Fruchtbarkeit. Das ist jetzt scheiße. Also irgendwo größere Inselnbahn. Also größere... Eine größere Städte. Und fangen wir gleich mal hier oben an. Das ist relativ viel Flatt. Jetzt können wir sicher was machen. Wo ist der Monitor so lang? Da! Okay, die ist echt langsam unterwegs. Warum haben wir jetzt hier so an Arbeitskräften? Ja. Jetzt hat's ja doch wieder Quandt. Ein Land. So grün und öppig. Ah, wir haben eben noch zu wenig, um den hier auszubauen. Ich klatsche mal da noch ein Lagerhaus dazu. Nein, die wollen natürlich alle nur zu den anderen, ne? Ja. Achso, die sind noch beim Abladen deshalb. Werden sich dann schon umgewöhnen, denk ich mal. Ah, da geht schon was weiter. Sekt wird, ähm, wird bereits produziert. Sie sind eine Gefahr für meinen Profit! Zigarren. Die wollen hier Zigarren haben. Werden schon... Oh, die werden schon transportiert. Allerdings offensichtlich viel zu wenige. Okay. Frachtschiff steht bereit! Ja, ne, 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 ne. Warum hat der dann so viel mit... Oh, nein, halt! Dass er die Baumwolle mit... Kau-Joks. Diese Handelsroute, ja, okay. Ich glaube, ich sehe da schon was Problem. Was? Ich glaube, ich sehe da schon ein Problem. Schauen wir mal, ob der alles abladet, was er abladen soll. Oh, nein. Ich habe hier gewonnen. Gehe weg. Ah, ja. Kiesst unter Digg! Oh, man. Neue Befehle? So. Probieren wir es dann mal so. Alles bereit. Spielstand gespeichert. Schokolade. Hä? Hä? Die erste. Ein neuer Auftrag. Ist das hier? Mhm. Die sind ja voll mit ganz anderen Dingen. Alles bereit. Gibt es denn sowas? Kann ja nicht funktionieren dann, oder? Nein. Die Bewegung braucht neue Helden. Verrate es keinem. Ich weiß nicht, was wir ohne dich getan hätten. Naja, wahrscheinlich kein Foto gemacht. Ah, das ist schon schön. Okay. Geben wir mal hier mit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ja, ja. Das hätten wir mal. Geben. Oh nein. Okay. Ich kann nirgends hin damit. Ja. Ich habe es schon gemerkt. Ah, da ja. Ja. Ich bin schon. Na, der ist ja nicht. Wenn die nicht erste verspringen. Wenn die nicht erste verspringen. So. Wenn die nicht erste verspringen. Wenn die nicht erste verspringen. So, wir wollen eine Cappella. Wir haben hier noch eine Pflanze, beziehungsweise viele Strasse durchziehen noch. Das war eigentlich, was ich wollte. Die Leute gehen auf die Barrikaden. Sowas. Die Hälfte ist schon mal geschafft. Ja, und? Was ist Ihr Problem? Das war sowieso. Wir können das so auch bauen. Drei oder vier Steppen. Es gibt Board auch gleich. Spielstand gespeichert. Der Clou ist es, in die richtigen Leute zu investieren. Das stimmt. Das stimmt. Oh. Witzig ist es jetzt nicht aus. Egal. Geil. Wir müssen erstmal so ziemlich alles, was wir brauchen. Wir holen von hier nochmal Holz. Schauen wir mal hier aus. Okay. Geht schon was weiter. Immer wenn ich nachdenke, werde ich irgendwann wütend. Die Straßen sind wieder sicher. Ja. Lasst es am besten das Nachdenken sein. Oh. Shit. Der Party ist schon lange zu Ende. Gut weiter. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.